So, dann haben wir die Bio-Bels auch hinten dran. Naja, Jürgen verkauft das komische Schrottteil. Überentscheidung. Ich weiß gar nicht, ob mein Düngelstreuer noch was drin hat. Naja, das gucke ich mir dann an, wenn es so weit ist. Ich könnte mal gucken, ob ich heute schon einen Preis aushandle im LU. Oder ich mache es folgendermaßen. Ich frage es der LU, was sie mir zahlen würden. Nächstes Mal behaupte ich einfach, dass wir das schon ausgemacht haben. So, dann versteht nicht, dass er über Polen darf. So. 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 Warum fährt der mich hinterher? Holger Arunner, Hallo. Holger, Sunny. Hi. Die Pfalz sind gerade wieder beim L.U. los. Okay, kannst du... kannst du mal an den Hof... ach so, was ist da los? Der Bauhof ist am Schild hängen geblieben. Was? Der Bauhof ist am Schild hängen geblieben. Moment, ich mach dir ein Foto. Moment. Hans! Ja? Der ist am Schild hängen geblieben. Geht gleich weiter. So. Ähm... Ne, das kannst du ja gar nicht gucken. Wie viel Geld haben wir noch? Äh... Irgendwas bei 72.000. Ne, solltest du ganz nicht mehr sein. Oh, doch. Hä? Wo kommt denn das Geld? Ach so, ich hab ja... Hey. Du glaubst nicht, wie viel Geld ich... Du glaubst nicht, wie viel Geld ich dem Richter abgeknöpft hab für den Führerschein. Ohohohoho, wie viel? 7.000. Eieieiei. Bisschen viel? Ne, oder? Kommt drauf an, wie viele Fahrstunden hat er denn gebraucht. Ja, eine, aber die war recht lang. Ja, dann äh... Muss bedenken dann noch, äh... Die ganzen, äh... Gebühren für die Ausstellung. Ja, eben. Vor allem... Der Führerschein an sich kostet auch schon gute... Ist auch schon mit locker 2.000 dabei. Vor allem war ja auch, äh... War ja auch ein großer Traktor. Ah, dann, äh... Je größer die Maschine, desto teurer wird's. Ja. Äh... Äh... Servus, Hans! Bye! Gleich mal Einsatz testen hier, die Maschine. Ähm... Ja, wenn du willst, kannst du dann erstmal zum Feld, äh... Zum Wald kommen, äh... Sani. Na gut. Kann ich mitfahren? Ne, geht nicht. Mein Beifahrersitz ist zugemüllt. Schade. Dann komm ich direkt zum Wald jetzt. Ja... Oder, ne, warte... Du kannst mal, äh... Viel besser wäre, wenn du zum Sägewerk fährst und guckst, was da zu tun ist. Dass wir die nächsten Schritte planen können. Alles klar. Fahr ich da hin. Oder, ne, warte. Hahaha. Boah, ich bin so verplant diese Woche. Ne, warte, warte, warte. Also, ich glaube, noch öfter kann ich das Auto nicht wenden. Wo bist du denn gerade? Komm, komm zum Wald. Komm zum Wald. Auf dem Hahn stehe ich in Helmbergen. Jo, komm zum Wald. Weil je nachdem braucht man auf jeden Fall das Auto hier. Ja. Ja. Okay, bis gleich. Bis gleich. Tschö. Äh, Hans, bist du noch da? Hans? 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 Ja. Ah. Stimmt, ich habe wieder einen Haufen Geld verdient. Boah, so einen günstigen Trecker kriegt man eigentlich gar nicht, ey. Hm. Das 6M, der kostet allein schon unter 19.000. Hm. 72 haben wir. Äh, da, 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 da. Hat 100 PS, das wird sogar Hinderung. Hätten wir, dann hätten wir wenigstens zwei, zwei Traktoren. Lohnt sich die 110 PS? Kann ich mir auch gar nicht leisten. Hans? Hans, sorry. Ja? Wenn ihr fertig bist, kommt nochmal rüber zu mir. Jo, Marsch. Oh, ciao. Toig. Oh, okay. Ich gehe nicht raus. Das ist gut. Ich mache das jetzt mal, aber doch glauen. Toig. 次 runter. Ich gehe nicht raus. Barsch. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. not to, so. weil du meine frage hast du irgendwie natürlich macht das ding gerade aus ist so laut hast du eventuell noch die möglichkeit irgendwie für einen gebrauchten traktor irgendwie hast du da was wir haben der einen kauft keine ahnung das ist ja beziehungsweise weißt du was so ein ks ih kostet welcher international diese euro nicht ja so ein ganz alter sonnen so ein oldtimer ja überlegt ob ich den dem 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 schafbauern abkaufen soll ich bräuchte schon ein traktor mit ein bisschen ps weiß für den düngestreuer und so das wird ja für den düngestreuer reichen geht ab pflegebereitung weißt du das keine ahnung hatte ich gegeben noch ich guck nach was ich doch schon ganz gut aus hier oder keine breite dinge eine pflegebereitung genau mist okay ja dann gucke ich mal eventuell den waldradern aber ich muss mich mal mit sunny beraten was er denkt ja um was geht es denn wir brauchen noch einen traktor willst du einen größeren oder einen kleineren haben weil so viel geld haben wir nicht wir müssen auch gucken nächste woche ist hat müsste man wahrscheinlich mal ein bisschen kredit zurückzahlen an welche ps kategorie hat es denn gedacht ich würde jetzt sagen dass wir uns irgendwas holen für den düngestreuer der ein bisschen auf das ziehen kann mein gedanke war der waldra in waldra waldra mit john deere farbkombination 500 110 ps ja das reicht ja für einen werden wäre es dann nicht theoretisch sinnvoller den 500er fan favorit zu nehmen net 150 ps ja aber wir haben keine 90 keine 80.000 euro also wir bräuchten ja moment pflegebereitung dann kostet 77.000 adam riese 14.000 nochmal drauf dann sind wir fast bei 90.000 stimmt fällt mir auf den waldra können uns auch nicht leisten bei den waldra bist du so wie du haben willst bei 73.000 ja nie mit kleinen kleinen ps mit 100 ps würde er reichen aber da kommt ja auch noch mal steuer und gewinn drauf also so rein der preis davon glaube irgendwas 70.000 ja plus plus ding 14.000 noch ich würde ja warum ja ich finde den einmal gut was man natürlich auch machen kann ist zwar nicht der neueste aber was hältst du von dem ihc 956 jetzt habe ich auch schon überlegt aber da geht keine pflegebereitung das ist der nachteil oder wir holen uns den anderen hier weißt du welche nicht mal der hat sogar 150 ps 1.300 warum denn nicht das wäre das nächste ich glaube mit dem bist du wobei wir haben momentan nur ein feld ne wir haben nur ein feld wo wir immer nur düngen müssen dann würde der fiat theoretisch reichen und als hof traktor reicht ja durchaus brauchst ja nur vom hof zum feld zu fahren und wieder zurück und weißt du noch was das hat ein neues transportunternehmen aufgemacht die könnten uns sind sogar zum hof bringen ich glaube ich glaube einen von denen habe ich vorhin gesehen mit dem tieflader oder was war der bauhof ja das kann auch ich weiß nicht die der hängt die hängen mit beim bauhof zusammen aber das wäre dann einfach ist denn warte mal was kosten der wer jetzt nur die frage was die für den transport nehmen ja das das kriegt man schon hin also ich finde auch schon 59.000 vier schon ganz schön hab ich er ist 60 mit pflege ist halt ein oldtimer was soll man machen was kosten der brutto also mit steuer und einem gewinn wenn er auf das alte ding überhaupt gewinn draufhauen willst ich zücke auch mal gerade meinen taschenrechner was hat man gesagt 60 den können wir uns sogar leisten hans ja was sagt dann der schneider ich muss nachher rechnen ich muss nachher rechnen ja gerade so ne 615 hat das noch übrig dann also was kostet der mit steuern und alles 22.000 kannst du uns nicht nen kleinen rabatt geben ne da kommen 3000 was mit 3000 3000 rabatt in der oldtimer wirst du so schnell nicht wieder los ja wer will denn sowas wer will denn so ne kiste außer wie ich machen wir 68.000 komm dann hol ich den gleich am montag ab ne 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 69 komm ne tut mir leid ne tut mir leid 70 glatt 72 glatt dann bin ich zufrieden jungen woher lang mal ein bettler in die hosentaschen da finden sie nix außer motten und milben ja die 4.000 euro oder 2.000 euro machen ein euro nicht mehr aus ja doch das ist unser der transport den wir zahlen müssen wisst ihr was ja ich 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 keine ahnung aber ich habe einen tieflader ich weiß nicht wann du einen tieflader hast okay das ist ein deal hand drauf hand drauf okay sehr gut okay dann fahr ich mal zurück und dann äh jo bringst ihn dann am montag mach ich dann kauf ich den dann auch jo okay ich hab den jetzt schon mal äh ja kannst du auch machen und wird es vergessen gut also dann liebe Leute vielen Dank fürs Zuschauen wir sind am Ende angekommen wir haben es schon wieder Sonntag morgen gibt es die nächste Folge oder die nächste Folge Real Farming LS19 meets Reality bei euch auch bei dem Sunny König a.k.a. Chaos Troop ja genau auf YouTube und ja bis dahin macht's gut tschüss ciao ciao tschüss